21 crazy ist Bugs and Glitch, jawoll. Brauchen wieder ein paar Bugs and Glitches hier. Solche Videos liebe ich ja, ne? Was? Was? Digga, was passiert da? Helikopter, Helikopter. Guck mal jetzt, Bruder, der ist einfach wie bei Sohan. Bruder, der ist wie bei Sohan, Doppelfuß zusammengeklatscht. Was ist das denn? Das ist Ultimate Draft, ne? Das ist Draft. Foot Draft. Das kennt man. Und der Fisch ist auch noch. Ey, warum passiert mir nicht sowas? Warte mal, was war das denn für ein Powershot? Wollt ihr mich verarschen? Alter, das ist mir auch schon passiert. Was war das für ein... Was? Wer ist denn da im Tor? Ich muss mal meine Kamera kurz runter tun, Alter. Das Video ist aber echt geil, man. Ich feier sowas, unnormal. Okay, wir haben 10.000, rund 10.000 FIFA-Points. Let's get a lot of this pack. Okay. Oh my God. Was ist das denn jetzt? So ein Scheiß. Wo sind denn die Fails, Alter? Ich will nicht sehen, wie der Scheiß Pax zieht. Und jetzt zieht er da eine Icon, oder? Digga, was ist das denn jetzt? Der Anfang des Videos war geil. Jetzt scheißt es rein mit diesen komischen Pax von dem Typen. Warum zeigen jetzt Pax von dem? Was ist das? Das sind doch keine Bugs und Glitches. Hallo? Clickbait. So, wir gucken mal jetzt hier weiter. Keine Ahnung, was da wieder abgeht, Alter. Was macht der da? Was macht der da? Was ist das denn für ein Jubel? Wie geht der, Chad? Look at the top of his head. Look at his lips. Stopp! Stopp! Use Trenn. Wait! V.A.R. It's in! It's in! The f***? Where's the ball, Bro? Hä? Ey, das hab ich auch noch nie gesehen. Was macht der denn da? Division Rivals, Chad. Das ist das Ultimate Team. Was ist das denn? Was ist das denn? Digga, ist das Messi? Äh, hä, hä. Wurde einfach Slenderman. Uh, was passiert mit dem Tor, Alter? Besessen ist das Tor. Boah! Ist das denn nicht ein Spieler? Ey, warum passieren solche Bugs immer bei Leuten? Weil ich will auch mal so einen Bug haben. Boah, was? Hä? Ich glaube, das ist das, was du kaltest, Karma. Digga, warum zeigen die ganze Zeit? Ihh. Ja, gar, man sieht den eh nicht. Was war das denn? Wie viele Kettenreaktien? Ey, guckt euch das mal bitte nochmal an. Ich würde durchdrehen, wenn mir sowas passieren würde. Ich würde mich aber auch tot lachen, glaube ich. Ich wüsste nicht, ob ich lachen würde oder ob ich weinen würde, Chad. Ey, wer macht den einfach nicht. Ach du Scheiße. Oha, voll der Cheater. Was macht der da? Der dreht sich einfach. Oh mein Gott. Ach du, ich hab wohl das Spiel. Guter Power-Shot. Was ist denn das? Oh, dieses Video verstört mich irgendwie. Ich bin ehrlich zu euch. Was passiert da? Fief ist broken. Fief ist broken. Fief ist broken. Fief ist broken. Äh. Boom. Nope. Nope. Come on. What the fuck? Ich werde das Video verstört einen. Echt, ne? Äh. Und es gibt 11 Meter. Das ist Division Rivals Chat. Digga, ey. Wenn sowas in der Weekend nicht passiert. Komm, der macht einen kurzen Pass. Nimmt den in die Hand. Und es gibt 11 Meter. Wollt ihr mich verarschen? Es gibt 11 Meter. 100% Bullshit. Bye. Have a beautiful time. Don't do it. No. It's not good. What's wrong? Don't do it. Hey, disconnect. It's so nice if you enjoyed this video. Ich, aber geiles Video, Alter. Ey, geiles Video. Ich mein's ernst. Wahnsinn, was da alles passiert ist. Das kannst du keinem erzählen, ey. Ich mein's ernst. Das kannst du keinem erzählen, ey.